Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft. Wir schlafen kurz und danach gehen wir sofort zum Turm und versuchen den aufzubauen. Oder was heißt wir versuchen, wir werden ihn aufbauen. Aber für das bauen wir jetzt erstmal Stein und Schwarzeichenholz, also nicht dieser Stein. Kies nehmen wir auch mal noch mit. Bei der Wand meint er nie. Aufhands habe ich eigentlich genug und dann nehmen wir noch ein bisschen Bruchstein mit. Ein bisschen viel, aber egal. Und natürlich auch noch ein bisschen Erde. Haben wir auch immer ganz gut gebrauchen. Wir haben nicht aufgepasst. Oh ne, jetzt ist hier wieder alles despaunt, ja toll. Okay, hier müssen wir den Weg noch weitermachen. Irgendwann mal. Hm. So, hier allerdings auch. Haben wir noch Treppen? Ne, okay, schon an. Gehen wir mal hier hoch. Und jetzt. Ah Leute, bitte. Oder eigentlich ist es ja ein Huhn, gar keine Ente, lol. Oh ne, ja. So, genau. Wir machen jetzt hier nochmal ein bisschen Fläche rund. Ja, hör dir. Wir lassen diese Bäume hier erstmal. Ja, wobei. So, wir fällen die auch noch kurz. Wir brauchen jetzt hier erstmal Platz. Und zwar genügend Platz. Okay. Äh, ja, wir machen das hier jetzt einfach kurz weg. Ist doch egal. Können wir wieder wieder neu pflanzen. So, jetzt hier noch ein Baum. Hier geht es aus, scheinbar. Okay, hier liegen überall noch Staplings. Lass mich hoch. Und Sticks und Äh, Äpfel. Ja komm, den machen wir auch noch weg. Haben wir hier schön Platz. So. Und zwar habe ich mir vorgestellt, dass wir das jetzt kurz wegmachen. Hier im Bruchstein. Dass wir so ungefähr hier jetzt so eine Wahl hochziehen quasi. Und dann oben drin einfach entweder, ich glaube eben Kies machen. Ich glaube das sieht am besten aus. Könnten theoretisch zwar auch, ähm, äh, dieses Holz machen, das wir schon haben. Also wisst ihr das für den Weg? Aber da weiß ich ja nicht, ob das so gut, so gut aussieht. So. Wir müssen jetzt hier erstmal uns gucken, wie wir das Ganze denn haben wollen. Ich glaube auch, an den können wir eigentlich nicht machen. So. Wir wollen machen wir das hier noch so. So wie so eine kleine, so wie eine, so wie eine, kleine Burg quasi. Genau. Und jetzt können wir von hier außen, zum Beispiel so, das wegmachen, weil das sieht echt cool aus. Genau. Hier haben wir ja schon ein bisschen, hier müssen wir halt dann gucken. Das machen wir ja später. Hier. Was können wir das? Ja egal. Wächst nach. Also der Schnee. So. 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 Und jetzt. Also. Ich sollte euch eigentlich meinen Klingel-ocate히. Ärg. Eigentlich, also er ist richtig sick. Also ich kann es ja eigentlich so sagen. Also ihr kennt bestimmt das neue Lied von Heno? Also. Ja. Lied, doch. Ist eigentlich schon so. Ähm. Leberversagen heißt das Ganze. Ähm. Mein Name ist erstmal ein bisschen weird. Aber so, Alter, jetzt nochmal Nochmal unser Konzept gebracht Jemand hat uns gerade das Türschen weggebracht Gebracht Ah, hallo, Huhn Wieder mal Ähm, ja Oh Gott Das passt hier unten Äh, hier oben mal nicht Ähm Ich bin so verwöhnt Richtig außer Puste, Mann Okay So Ich hatte die Idee Oh Mann, ey Ich hatte die Idee, dass wir das Ganze mit Steinziegel machen So drei Zweite Seite Drei Ist noch Gibt doch einen schönen Turm hier Vorhin können wir dann den Eingang machen Und genau Ich würde das so ein kleiner Turm Einfach so ein Aussichtsturm irgendwie Drum drauf So wie, äh Also ein typischer mittelalterlicher Turm Genau Mal gucken, wie das Ganze dann aussieht am Schluss, oder? Nehmen wir an, dass es einigermaßen gut aussehen wird Hoffe ich einfach mal Ähm Reichenholz haben wir jetzt nicht damit, doch Glück haben wir hier ein paar Bäume gefällt Können wir gleich hier den Boden machen Doch, ne Ja Auf jeden Fall Wir waren ja noch beim Klingelton Und das ist halt das neue Lied Das heißt auch Lieber passen an mir Ich glaube, das hatte ich schon gesagt Egal So Ähm Hier ist jetzt unser schönes Zeugs halt Also Momentan ist es noch nicht so schön Der Turm muss noch ein bisschen größer werden Aber das kommt noch Das kommt noch Hier oben Weiß ich noch nicht, ob wir da irgendwas noch machen Vielleicht einfach nochmal so ein So eine Schicht auch schneiden Ich glaube ja Das sieht ein bisschen besser aus Weil Zauern können wir nicht nehmen Weil das hätte hier dann In den Ecken Würde das scheiße aussehen Und Bruchstein Das sieht doch toll aus Also es geht zwar Egal So Ähm Ja doch, das passt doch Ich glaube hier oben Lassen wir einfach mal Schnee Das erste Ähm Gehen wir mal gucken Was wir jetzt alles brauchen Aber warte Wir können hier noch kurz Ah ne Wir haben hier Keine Treppen mehr Aber wir können das hier mit Stein Noch kurz fertig machen Hier auf der Seite So 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 Doch doch Das sieht gut aus Ja hier Das sehe ich aber nicht Das sieht ja richtig geil aus Hier So ein kleiner Weihnachts-Deko Geht Wir machen das hier glaube ich Einfach ganz weg Dann können wir das hier Oh Wir machen Oh der Ecke muss weg Das sah komisch aus Irgendwie Ja Genau Wie das ganze Also es sieht auf jeden Fall schon Nicht schlecht aus Das ganze hier triggert mich aber noch so ein bisschen Dass das nicht gerade ist Das ist das nicht gerade ist sozusagen Ja nicht gerade Es ist einfach nicht so Noch nicht so fertig alles hier Aber wir gehen kurz schlafen und holen uns nochmal ein bisschen Stein Am besten Warten wir auch noch ein bisschen Stein dann Wenn man so Aber wir haben schon ein bisschen normaler Stein in Anführungszeichen Ah mein Hals Ist es wieder unnormal Schwarz-Eichenholz haben wir auch noch dabei Nehmen noch so ein bisschen Eichenholz mit Warte wir haben zwar Slabs Dann brauchen wir auch noch schon Treffen Sehr egal Dann brauchen wir jetzt Kohle Wir haben ja auch einfach ein Stack Dann haben wir genug So Genau Dann kann es jetzt schön Über die Nacht ein bisschen Leveln Hey Einfach das Feuer kann dann so ein bisschen Abgehen Wie holen wir uns noch Ey was ist heute los Das ist ja nicht mehr normal Wir holen uns jetzt nochmal kurz Eine Tür Wir haben keine Tür Toll Das heißt wir craften noch eine Tür Wir nehmen noch ein bisschen mehr Holz Und Ja Gehen jetzt nochmal zurück Wir müssen noch ein bisschen was craften Das war Einmal Ziegelstein Oder Steinziegel Wie auch immer Jetzt noch Treppen Aua Nehmen wir mal Ja das passt Ich glaube das reicht 16 Wie man sagen So Dann Ja das lassen wir jetzt erstmal Wir gehen mal wieder hoch Aber ich kann eigentlich Kurz hier weitermachen So Und ich glaube So warte Hier muss jetzt An der Stein kommen Ähm Ja doch so genau Ja Ja Sieht doch toll aus Hier ist ein bisschen breit geworden Warte mal Dann haben wir noch ein kleiner Ein kleiner Weil sonst sieht das ein bisschen komisch aus Wenn der Weg so breit ist Der Rest nicht Äh ja So und dann brauchen wir noch mal Erde Ah ne Aber nicht So So sieht er jetzt wirklich gut aus So kann er sich sehen lassen Okay Hier können wir So den hier machen Das sieht jetzt Ein bisschen komisch aus Egal Da müssen wir noch Irgendeine Lösung finden So Gut Das sieht doch Fast rein aus Auch hier Mit diesem Wasserfall Also langsam Sieht es hier wirklich Schön aus In unserem Dorf Gut So ein Ein richtiges Dorf Ist es ja noch nicht wirklich Okay Dann können wir hier erstmal Der ersten Schicht Stein Anfangen Geht mit der zweiten Jo Dann machen wir hier nochmal Da kommt dann die Und dann die Holzbrette Und hier an der Seite Kommt dann Ähm Auch noch Ah ne War da nicht Slabs Wobei eigentlich Eigentlich könnten wir Slabs Machen Gute Idee Auf der Seite Kommen dann Slabs Von dem Holz Da draußen Alter Wir können crafting Egal Egal Ich glaube unten Machen wir hier dann auch mal so ein paar Treppen hin Dass das Ganze So dahingestellt aussieht Wisst ihr was ich meine Ja Ja Auf jeden Fall Ja was das Warte mal Wir können eigentlich Warte mal Wir können hier hoch Ja Doch geht eigentlich voll klar Die Aussicht Noch ein bisschen die Chunks hochstellen Und dann wäre das perfekt hier oben Okay Leute Das war es mit dieser Folge Minecraft Bis zum nächsten Mal Leute Ciao Outro Outro